Hey, das Gewehr sieht schon mal ganz schick aus, würde ich sagen. Silencer, bei beiden. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, how it works hier. Ähm, was haben wir? Uh, achso, wir sahen, die sind von sich sehen, glaub ich, ne? Ich muss, sein, dass wir sie killen. Äh, ich nehm den, den jetzt rechten nehm ich gleich, damit guck mal du auf den linken. Den linken, den linken kann ich nicht killen, weil er kommt. Meiner ist tot. Uh, da sind noch mehr. Ziel erledigt. E-T-F. Zumindest verloren. Hm. Ich weiß nicht, ob denen anders aufgefallen ist. Oh, juckt keinen Menschen. Ja, aber die Vornamtssigeratten haben sich das auch aufgefallen. Man sieht einen inzwischen, den gekillt, wie draufsteht. Aha. Irgendwie haben wir einen Zivilisten verloren. Ja, super. Oh, hier kann man rein. Da sind sogar Leute, ne? Verdammt. Sorry, ist mein Fehler. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Naja. Interess, Interess, äh. Ja, das war nachlassig. Ja, das war nachlassig. Als ob du schon einschränkst fort. Ah, hier im Penster auch noch geht, ey. Joa, von wo denn noch? Wolle denn dann? Ja. Äh? Jetzt wollen wir ja noch verprügeln. Wir haben ja noch verprügelt. Wir haben ja noch verprügelt. Ich hab dich. Lade nach. Bin leer geschossen. Wir kommen da vorne ins Zivilisten. Nach das... Hä? Mitkommen. Sollen wir die jetzt... Warte mal, die müssen da hinten hin, ne? Glaube ich, oder? Ja. Piu, Piu. Stealth, daran fände ich sowieso immer gut. Also, Spiele, wo ich Stealth rumlaufen muss, ist alles immer... ganz cool. Ich glaube, wir müssen mal rechts machen. Ah, wer hat denn die... Joa, noch jemand am Leben? Hm. Bestimmt, hier steht ja rechts irgendwo noch jemand. 100% ja, oder? Nö. Nö. Keiner da, aber da drinnen. Sorry. Er reagiert. Gegendurch, dich durch, durch auf den... auf die Person. Wechsel das Magazin. Ah, die Strode ist gleich besser. Kann man hier hoch, oder? Ne, da auch. Da müssen wir auf, ja. Soldat. Du, rechts. Ist hier neutralisiert? Er ist verledigt. Weit finde ich die Mission echt top. Weil, das ist ein Soldat, ne? Gegner. Ja, links, da auch einer. Nur noch ein bisschen rechts nicht mit links. Ah. Nicht, dass ich hier noch einen Zivilisten erledige, oder so. Komm, einer. Erwischt. Bin leer geschossen. Uh. Wie lange geht's? Uh, okay, okay. Ich links. Beide. Die anderen sind auch beide erledigt. Hinten Richtung 60 stehen welche. Oh. Der war gut, ja. Der war gut, ja. Dafür, dass es eigentlich nur eine Seiten... äh, der Seitding ist. Eigentlich gut gemacht. Ich finde das bis jetzt soweit auch ganz gut. Dafür, dass es... ...quasi nur MW3 so ne Mission ist. Okay. Hier wo ist Peace, wo leider nichts gemacht. Was soll ich das jetzt... Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen haben, dass ich die abgeknallt hab. Werden du sonst willst, ha? Ja, aber hier vorne, die hatte ich abgeschossen, aber ich weiß nicht, ob da noch jemand lebt. Alles klar. Jetzt schnell zum Tag. Ah, noch mal jetzt raus. Sieht aber ganz... ...gut, glaube ich, aus. Okay, das war ja sowieso noch... Okay, wir haben uns dann zurückgelassen. Wir haben jemand zurückgelassen? Mhm. Ja, macht nix. War eh einfach oder einsterben, also. Okay, okay, okay. Rechts ist direkt einer. Ja, ich hab die Linken zu beiden geknallt. Ja, aber der... ...der Typ lebt ja selber noch. Ja, aber ich ihn erst... ...beschlangen geknallt. Okay, ich geh. Mal nix. Weil die sind... Lass mal... Ich glaube ja eher... Rechts sind das Blöde drin. Also rechts sind welche in den Gebäuden drin, ne? Einen seh ich, den linken seh ich. Einen seh ich. Einen seh ich. Einen seh ich. Weiter down. Ich glaube, hinter dem Ding ist, glaube ich, einer. Ja, hier läuft's rot, ha? Die muss auch irgendwie durchgehen. Ein Haus weiter gibt's auch wieder, Leute. Uh, da kommen wieder... ...Kauwows. Ops. Wechsel das Magazin. Oder? Lebt der noch? Nö. Nö. Nö, ich hab glaube ich einen Zivilisten abgeschnallt. Weil der... Das Ding ist, hier kommen die raus... ...mit dem Hund. Und der Hund greift den an. Den Zivilisten. Ja. Ja, okay. Ja, normal geht's da auch irgendwo rein, ne? Ja, okay. Das kann auch sein, dass es von der Zivilisten noch ist. Ja, das kann auch sein. Aber jetzt ist man jetzt... ...prinzip her spielbarer Bereich. Ah, Montasso. Ein Power-Round auch. Ah, da vorne läuft, das Rotalfall ist jetzt immer noch ein Ding. Ja. Ab und wieder ein Zeug im Haus. Ja. Na, falsche Seite. Er sprang einfach durch. Ich sneak durch. Ich bin dafür auch durch. Ich gehe sneak. Die... Mittlerweile weiß ich auch, wo die Leute stechen. Sicher. Schon alles erledigt hier. War das hier durch? Ja. Alles gesichert. Ne, hier durch würde es. Weil die, die von links kommen würden, die sind schon erledigt. Alles gesichert. Lade nach. Ach, der war gut. Noch ne Geisel? Los, my friends. Komm mit. Schneller. Ja, irgendwie ist er. Ach stimmt, das war der, den du davor fattest. recht. Wo wir hier? Auf der eine, dann solange. Lay lay... Dickler, wir haben noch mal das, alle gefunden also. Hierentlang, wo's, Oh, nicht Deckung, in Deckung gehen. Hier ist niemand mehr. Hopp. Was für ein Mutterhofen der da folgt? Was für ein Mutterhofen der da folgt? Das war die, die von dem Hund erledigt wird. Gut getroffen. Gute Nacht. Zum Glück hat sich der gedummt. Ja, gute Reflexe. Ansonsten... Er hat Probleme gehabt. Einen sehe ich schon im Haus. Zwei... oder sehe ich die zweiten? Das wäre Nummer eins. Da ist Nummer zwei. Warte mal. Mittwoch. Gar kein Problem. So, jetzt kommen die mit dem Hund. Ja, da hast du nämlich auch den Zivilisten mit erwischt. Das ist das Problem. Jawohl. Yeah. Ich bin hingefallen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sammelt möglichst viele Rebellen ein und dann auf zum Evakuierungspunkt. Okay, jetzt mit dem Hund müssen wir nochmal gucken. Das würde ich gerne einsammeln. Du hast sie alle. Sehr schön. Weiß ich nicht. Naенно wie möglich. Syntiger faktiskt, wenn du nicht ordentlich bist. Germant oder sicher doch Conservative LRBikDaBlang無 ノ Weiß ich opinion nicht. So weiterladen. Weiterladen. Okay, jetzt wird es nun… Nein! Wie? Was er so entdeckt? wieso wenn wir entdeckt werden glaube ich ja das mag sein aber warum wurden wir entdeckt das habe ich voll gut gemacht jetzt der hund abgeknallt die anderen ach du hast mich in den rücken geschossen ja leute hier bin ich hier hallo kann mich abknallen das ist eh egal ich kann eh neu starten das ist eh vorbei eigentlich der dreisteller ist wir müssen nur so viele holen wir können aber jetzt haben die mich nicht ja das ist unlogisch so unlogisch ist es ja das ist ein bisschen versteckt gehabt ja wir wurden irgendwie entdeckt ein bisschen ja 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 ich bin ist alles geklärt sehr gut hat uns schon alles angegriffen ja das kommt vor der andere ist eh dahinten deswegen sage ich ja normal ist schon vorbei die mission das macht überhaupt gar keinen sinn wo wir haben nicht mal drei sterne verdient ohne gone you